In diesem Video wird vorgestellt, wie die Methode Kärtchentisch technisch umgesetzt werden kann. Um gut vorstrukturierte Themen sinnvoll zu systematisieren und Begriffe, Formeln oder Fakten sinnvoll auf einem Tisch anzuordnen, bietet das interaktive Whiteboard Miro Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit einem beliebigen digitalen Endgerät ohne notwendiges Benutzerkonto den Kärtchentisch an einer gemeinsamen digitalen Tafel kollaborativ zu gestalten. Miro kann sowohl webbasiert als auch als App bzw. Programm auf allen gängigen Betriebssystemen genutzt werden. Um Schülerinnen und Schülern den anonymen Zugang zu mehreren Whiteboards zu ermöglichen, benötigen Lehrerinnen und Lehrer einen kostenlosen Education-Account, der nach erfolgreicher Überprüfung des Nachweises einer Lehrtätigkeit umgehend freigeschaltet wird. In der Vorbereitungsphase erstellt die Lehrkraft passend zum Ausgangsmaterial, das aus einem Text-, Video- oder Rechercheauftrag bestehen kann, mehrere Kärtchen mit passenden Begriffen, Formeln oder Fakten. In unserem Beispiel erhalten die Lernenden einen Text zu Aggregatzuständen am Beispiel des Wassers. Dementsprechend erstellt die Lehrkraft nun die passenden Kärtchen auf einem neuen Board. Hierzu wählt man oben links das blaue Feld mit der Bezeichnung New Board aus und vergibt einen passenden Titel für das Thema bzw. die jeweilige Gruppe. Gefolgt von Create and Share Theoretisch könnte man aus einem großen Angebot an vorstrukturierten Boards auswählen. Da der Kärtchentisch jedoch viel Gestaltungsspielraum für individuelle Lösungen der jeweiligen Gruppen bieten sollte, arbeiten wir mit einem freien Board. In diesem Beispiel fällt die Wahl auf Notizzettel, die Sticky Notes. Hier kann man aus einem breiten Angebot an Farben auswählen, was insbesondere später bei der Strukturierung von großer Bedeutung sein wird. Die Lehrkraft wählt anfangs eine Farbe für alle Karten aus und legt diese durch einen Klick auf dem Board ab. Die Größe des Notizzettels kann intuitiv durch Ziehen an den Ecken verändert werden. Um das schnelle Erstellen mehrerer Karten zu erleichtern, löschen wir den Text wieder und wählen mit der rechten Maustaste bzw. entsprechender Funktion auf einem Endgerät mit einem Touchdisplay aus dem Menü den Punkt Duplicate aus. Falls man mit einer Tastatur arbeitet, gibt es auch die Möglichkeit mit Shortcuts zu arbeiten. In diesem Fall wäre der Shortcut STRG-D bzw. COMMAND-D. Es werden so viele Kärtchen erstellt wie nötig und anschließend beschriftet. Auch Skizzen oder Bilder bieten sich für eine Veranschaulichung der Strukturierung an. Bilddateien können in die Tafel hineinkopiert, hineingezogen oder durch Anklicken des Feldes Upload in der linken Menüleiste importiert werden. Um das Board mit den Lernenden zu teilen, wählt man oben rechts das blaue Feld mit der Beschriftung Share aus. Und wählt unter dem Punkt Anyone with a link can edit aus. Somit ist gewährleistet, dass Lernende auch ohne Benutzerkonto bei Miro das Whiteboard bearbeiten können. Zudem lassen sich Zugangsrechte abstufen, sodass Lernende das Board nur sehen, jedoch nicht editieren können, nur Anmerkungen vornehmen können, ohne jedoch die Struktur an sich zu verändern oder gar keinen Zugang zum Board erhalten. Um das Board vor unerlaubtem Gebrauch zu schützen, lässt sich ein Passwort erstellen. Durch Auswahl des blauen Feldes Copy Board Link wird der entsprechende Link zum Board in die Zwischenablage kopiert und lässt sich nun auf unterschiedliche Weise mit der Lehrgruppe teilen. Das Board wird durch Anklicken des Miro-Logos oben links neben dem Board-Titel geschlossen. Jedes Board lässt sich einfach durch Auswahl der drei Punkte duplizieren und im Titel für weitere Gruppen anpassen. Nachdem alle Lernenden Zugang zum gemeinsamen Board erhalten haben, können die Kärtchen und Bilder kollaborativ frei verschoben und neu angeordnet, Überschriften hinzugefügt und Pfeile sowie weitere Strukturierungsmöglichkeiten ergänzt werden. Positionen und Aktionen der aktiven Lernenden werden auf dem Board angezeigt. Projekte Zur Ergebnissicherung wählt man am oberen linken Bildrand das Export-Symbol neben dem Bordtitel aus. In diesem Fall wählen wir die Speicherung als Bildformat Save as Image aus und bestimmen den gewünschten Bereich, der vom Bord exportiert werden soll. Anschließend lässt sich die Bildauflösung bestimmen. Ein abschließendes Auswählen des Feldes Export speichert das Ergebnis lokal auf dem entsprechenden Endgerät ab.